Vorlesernet, Klassiker der Weltliteratur und ihm zunickte. In der ersten Zeit konnte Buck es kaum ertragen, allein zu sein. Wenn Sonten das Zelt verließ, so folgte er ihm auf Schritt und Tritt, denn stets hatte er Angst, dass dieser Herr aus seinem Leben auch verschwinden konnte, wie François, Perrault und die anderen. Selbst im Traum kam ihm die Furcht, dann stand er auf, schlich an das Lager des Mannes und erst, wenn er die regelmäßigen tiefen Atemzüge hörte, war er beruhigt und zufrieden. Aber trotz seiner Liebe zu John Thornton, der alle guten Eigenschaften früherer Tage in ihm wieder erweckt hatte, war er nicht derselbe Hund wie ehedem. Treue und Anhänglichkeit, Eigenschaften des Haustieres, waren wieder in ihm aufgelebt. Aber daneben lebte auch das Raubtier, das der Norden in ihm großgezogen hatte. Wenn er auch um seiner Liebe willen nicht John Thornton bestahl, so tat er es doch ohne Besinnen, wo immer sich sonst bei Fremden Gelegenheit dazu bot, und so schlau fing er es an, dass er nie dabei ertappt wurde. Sein Körper war bedeckt von Narben, die ihm Beißereien mit anderen Hunden zugetragen hatten, denn er war rauflustiger wie je zuvor und hinterlistig dazu. Skeet und Moor waren zu gutmütig, als daß er mit ihnen Händel angefangen hätte, und außerdem gehörten sie John Thornton. Aber andere Hunde, die nicht sofort seine Oberherrschaft anerkannten, hatten es mit dem Leben zu büßen. Erbarmen kannte er nicht mehr. Er hatte von Spitz und den Hunden der Gendarmerie-Lager und der Schlittenposten gelernt und wußte, daß es hier kein Mittelding gab. Töten oder getötet werden, hieß es. Alles andere galt als Feigheit. Und diesem Naturgesetz, langer vergangener Tage, gehorchte er. Er war ja auch älter, als die Tage, die er selbst gesehen hatte. Er war ja nur ein Glied, das die Gegenwart mit der Vergangenheit verbannt, und die Ewigkeit ging durch ihn hindurch in die Zukunft. Wohl saß er als braunhaariger, zottiger Hund an John Thorntons Feuer. Aber hinter ihm standen die Schatten aller möglichen Hunde, ja sogar die von Halbwölfen und Wölfen. Sie lebten mit ihm und beeinflussten ihn, lehrten ihn Dinge und Laute verstehen, die er nie gekannt hatte. Sie legten sich mit ihm zur Ruhe und lebten weiter in seinen Träumen. So gebieterisch rief die Stimme seiner wilden Vorfahren, daß er manchmal die Menschen ganz vergaß. Tief aus dem Walde klangen ihre Rufe. Und wenn er sie hörte, so überlief ihn ein geheimnisvoller Schauder, und die Versuchung kam über ihn, alles im Stiche zu lassen und ihnen zu folgen. Einerlei wohin. Aber sobald die Stille des Waldes ihn umfing, erwachte seine Liebe zu John Thornton wieder und führte ihn zurück. Thornton allein hielt ihn. Alle anderen Menschen galten ihm nichts. Ob Reisende, die vorbeikamen, ihn lobten oder streichelten, es war ihm gleich. Wurde einer einmal gar zu lebhaft dabei, dann stand er ruhig auf und ging davon. Als Thorntons Freunde Hans und Peter ankamen, wollte Buck erst nichts mit ihnen zu tun haben, bis er merkte, daß sie seinem Herrn nahe standen. Dann duldete er es, daß sie ihm klopften. Aber er tat immer, als ob er ihnen eine Gnade erwies. Sie waren von derselben Art wie Thornton, einfach und gut. Und ehe noch ihr Floß in Dorsen angekommen war, wußten Menschen und Hund, was sie voneinander zu halten hatten, und die Männer versuchten nicht mehr, Buck zu behandeln wie ihre anderen Hunde. Bucks Liebe zu Thornton aber wuchs noch mehr von Tag zu Tag. Er allein durfte es wagen, ihm etwas zu tragen zu geben, wenn sie auf Reisen waren, und nichts wäre ihm zu schwer gewesen. Eines Tages saßen sie frühstückend nicht weit von einem Abhange, der wohl 600 Fuß steil abfiel. John Thornton saß dem Rande am nächsten und Buck neben ihm. Dadurch fuhr ihn die Laune, Bucks gehorsam zu prüfen. Ohne über die Folgen nachzudenken, streckte er die Hand über die gähnende Tiefe und rief »Ab!« Mit Mühe nur gelang es ihm, den Hund im letzten Augenblick noch zu ergreifen und festzuhalten, bis Hans und Peter sie beide wieder in Sicherheit brachten. »Der Hund ist mir unheimlich!« meinte Peter, als sie wieder zu Atem gekommen waren. Thornton schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete er, »unheimlich nicht. Großartig ist er.« »Na, ich möchte nicht derjenige sein, der einmal Händel mit dir anfängt, wenn der dabei ist«, sagte Peter und nickte dem Hunde zu. »Den Teufel auch«, meinte Hans. »Ich wollte es keinem raten, dir zu nahe zu kommen.« Es war nicht lange danach, in Circle City, als der besprochene Fall eintrat. Der schwarze Burton, ein übelbeläumundeter Bursche, hatte in einem Gasthaus Streit angefangen, der zu Handgreiflichkeiten ausartete. Thornton wollte Frieden stiften und trennte die beiden Kämpfenden. Da wandte sich Burton gegen Thornton und er schlug derartig auf ihn ein, dass dieser gegen den Schenktisch taumelte. Da erklang plötzlich ein furchtbares Geheul, wie es noch keiner gehört hatte. Es war Buck, der still in einer Ecke gelegen und kein Auge von seinem Herrn gelassen hatte. Mit einem Satze war er auf Burton zugesprungen und nur eine unwillkürliche Armbewegung verhinderte es, dass Buck ihm die Kehle durchbiss. So schlug er seine Zähne tief in das Armfleisch des Mannes, aber ehe die Zuschauer ihn zurückreißen konnten, hatte er den Mann furchtbar zugerichtet. Die Goldgräber riefen sogleich eine Versammlung zusammen, die entschied, dass der Hund ein Recht gehabt habe, seinen Herrn zu verteidigen. Von dem Tage an war Bucks Name bekannt in ganz Alaska. Im Laufe der Zeit fand sich noch einmal eine Gelegenheit für den Hund, seinem Herrn das Leben zu retten. Die drei Freunde treidelten ein Boot durch ein sehr wildes Wasser. Hans und Peter gingen am Ufer entlang und zogen. Thornton stand im Boot und steuerte es mit einer langen Stange um die vielen Felskanten herum. Dann und wann rief er den beiden anderen eine Anweisung zu. Buck ging unruhig und aufgeregt hoch am Uferrand entlang und beobachtete jede Bewegung seines Herrn. An einer besonders schlechten Stelle wollte Thornton mehr in die Mitte des Flusses und verlangte mehr Leine. Hans trat dicht an das Ufer, um das Boot zu beobachten. Gegen das reißende Wasser war wenig auszurichten und trotz aller Gegenwehr Thorntons glitt es blitzschnell stromabwärts. Hans zog mit aller Kraft den Strick zurück, aber der plötzliche Ruck ließ das Boot umkippen. Mit dem Boden nach oben blieb es an einem Felsstück hängen, während Thornton weit hinausflog und weiter stromabwärts getrieben wurde, den bösen Stromschnellen zu, die auch dem geschicktesten Schwimmer gefährlich werden mußten. Buck war ohne Besinnen ins Wasser gesprungen und überholte, nachdem er etwa 600 Fuß getrieben war, endlich John Thornton, der ihn am Schwanz ergriff. Sofort wendete er und rotete mit aller Macht dem Ufer zu. Aber es war beschwerlich, gegen den Strom zu schwimmen. Das Wasser war zu reißend und er wurde immer weiter abwärts getrieben. Schon wurde ein gefährliches Rauschen hörbar. Es war die Stelle, wo das Wasser sich durch die Felsen Bahn brach, wie durch die Zähne eines Riesenkammes. Der Zug nach unten war zu stark und unmöglich war es, das Ufer zu erreichen, das merkte Thornton wohl. Vergeblich versuchte er, sich an einen der Felsen zu klammern. Er wurde immer hart an ihnen vorbeigetrieben, ohne sie erreichen zu können. Endlich umklammerte er mit beiden Armen eine hervorspringende Ecke und rief durch das Rauschen des Wassers Back zu, weiter zu schwimmen. Beim Klange der Stimme hob der Hund den Kopf, warf einen langen Blick auf seinen Herrn und warnte sich dann gehorsam dem Ufer zu. Allein kam er besser vorwärts und wurde von Hans und Peter ganz erschöpft an das Ufer gezogen. Sie wussten aber, dass Thornton in seiner gefährlichen Lage nicht lange ohne Hilfe bleiben durfte. So schnell sie konnten, rannten sie den Fluß hinauf bis weit über die Stelle, wo Thornton hing. Sie schnitten ein Stück von dem Seil, befestigten es ein Backsleib, ohne dass es ihn am Schwimmen hindern konnte und ließen ihn in das Wasser. Der Schwamm mit mächtigen Stößen kam aber nicht gerade hinüber. Er merkte es erst, als es zu spät war und die Strömung ihn etwa sechs Fuß weiter unten vorbeitrug. Hans zog ihn Sofa zurück, aber das strömende Wasser ging über des Hundes Körper fort und die Leine lag so, dass auch sein Kopf unter Wasser kam. Er war bewusstlos, als Hans und Peter ihn über den Uferrand zogen. Sie rieben und schüttelten, machten künstliche Atembewegungen und versuchten ihn auf alle mögliche Art zum Leben zu bringen. Da tönte ein schwacher Ruf Thornton durch das Geräusch des Wassers zu ihnen herüber. Wie ein elektrischer Schlag wirkte es auf den Hund. Er sprang auf die Füße und lief zur Uferstelle, von wo er vorher auch abgeschwommen war. Einmal hatte er sich in der Entfernung verrechnet. Ein zweites Mal sollte es nicht missglücken. Hans ließ das Seil durch die Hand gleiten und Peter hielt es stramm. Geradeaus schwamm Backbiss genau über die Stelle, wo sein Herr hing und ließ sich dann treiben. Thornton sah den Hund herankommen und gerade als er bei ihm war, warf er die Arme um den Leib des Tieres. Hans wickelte den Strick um einen Baum und zog dann mit Peter die beiden an das Land. Manchmal war der Hund, dann wieder der Mann ganz unter Wasser. Dann stießen sie gegen scharfe Felsen und dann trieben sie gegen vorstehende Äste. Endlich lagen sie im Ufergrase. Thornton kam erst zu Bewusstsein, als Hans und Peter ihn lange geschüttelt, auf den Rücken geschlagen und hin und her gerollt hatten. Sein erster Blick galt Back, neben dessen leblosen Körper Moor saß und ein jämmerliches Geheul ausstieß, während Skid, Backs Gesicht und besonders die Augenlider leckte. Es dauerte lange, bis der Hund wieder zu sich kam. Drei Rippen waren gebrochen. Thornton war auch übel genug zugerichtet. Hier muß gelagert werden, entschied er. Und so geschah es und sie blieben dort, bis Back wieder ganz hergestellt war. Als sie im nächsten Winter wieder in Dorsen waren, konnte Back seinem Herrn auch einen Dienst erweisen, der, wenn er auch nicht ganz so groß wie der letzte war, doch seinen Namen berühmter machte in Alaska als wie den irgendeines Menschen. Und dieser Dienst kam allen drei Freunden zugute. Sie hätten schon lange gern die Mittel zu einer Reise in den jungfräulichen Osten gehabt, wo Goldgräber noch nicht alles um- und umgewühlt hatten. Es kam eines Tages im Eldorado-Gasthaus die Rede auf Hunde, und jeder hatte von den Seinen allerlei zu prahlen. Back natürlich, um den jeder John Thornton beneidete, war immer der Gegenstand des Vergleichs mit einem anderen, und jeder versuchte, doch irgendeinen Fehler an ihm zu finden. Da meinte einer der Männer, dass sein Hund einen Schlitten mit einer Ladung von 500 Pfund ziehen könnte, ein anderer traute seinem Hunde 600 Pfund zu, und ein Dritter dem Seinen sogar 700. Ach, rief John Thornton wegwerfend, was in den 700 Pfund? Back kann 1000 ziehen. Allein anziehen und 100 Meter weiterbringen, fragte Matthiessen, der Bononza-König. Jawohl, antwortete Thornton ruhig. 100 Meter. Gut, sagte Matthiessen kühl und etwas spöttisch. Hier lege ich 1000 Dollar zum Pfande hin, dass das nicht wahr ist. Aber wann, sagt Goldkörner auf den Tisch, dass es dröhnte? Niemand, sagte ein Wort. Das weckte Thorntons Widerspruchsgeist. Er fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe stieg. Er wußte ja nicht, ob Back es konnte, aber er traute seiner Kraft viel zu. Er hatte ja auch keine 1000 Dollar, die er dagegen hätte wetten können. Aber die Augen von einem Dutzend Männern hingen gespannt an ihm. Draßen steht ein Schlitten von mir mit 10 Zentner Säcken Mehl, ließ ich Matthiessen und spöttische Stimme wieder hören. Die Sache ist also ganz einfach. Thornton antwortete nicht. Er wußte nicht, was er machen sollte. Er sah von einem zum anderen wie ein Mensch, der seiner Sinne nicht ganz mächtig ist. Da trafen seine Augen das Gesicht von Jim O'Brien, der ein alter Freund und Schulkamerad von ihm war und fabelhafte Erfolge in Klondike gehabt hatte. Da wußte John Thornton, was er zu tun hatte. »Kannst du mir 1000 Dollar leihen?« flüsterte er ihm zu. »Natürlich«, antwortete O'Brien freundlich und schob einen ebenso großen Sack wie den von Matthiessen auf den Tisch. »Ich glaube aber nicht, John, alter Junge, dass der beste Hund das fertig brächte.« Im Handumdrehen war die Gaststube leer. Jeder wollte zusehen, wie die Wette verlief. Es waren wohl 200 Mann, die sich um den Schlitten sammelten. Es war bitterkalt, 60 Grad unter Null und der schwere Schlitten hatte schon mehrere Stunden dort im Schnee gestanden, sodass die Kufen festsaßen. Die Leute wetteten untereinander, ob Back den Schlitten wohl flott machen könnte oder nicht. Und es entstand eine Meinungsverschiedenheit, ob unter »Allein anziehen« wohl auch das »Herausziehen« von festgefrorenen Kufen zu verstehen sei. O'Brien meinte, dass Thornton jedenfalls losrütteln dürfte, aber Matthiessen wollte es nicht zugeben. Jeder wollte drei gegen eins wetten, dass der Hund das nicht könnte. Keiner glaubte, dass es möglich sei. Thornton selbst hatte er nicht gerade fest daran geglaubt, als er aber jetzt die zehn Hunde sah, die den Schlitten gezogen hatten, da erschien ihm seine Sache auch hoffnungslos. Matthiessen merkte es und höhnte, »Ich wette auch noch mehr, wie viel soll es sein?« Das weckte wieder Thorntons Widerspruchsgeist und machte ihn blind gegen jede bessere Einsicht. Er rief Hans und Peter herbei. Sie hatten nicht über viel Geld zu verfügen, so dass sie alle drei nur noch zweihundert Dollar zusammenlegen konnten. Es war ihr ganzes Vermögen, aber sie setzten es freudig gegen Matthiessens sechshundert Dollar ein. Die Hunde wurden abgeschirrt und Buck in seinem eigenen Geschirr vor den Schlitten gespannt. Er fühlte, dass etwas Aufregendes vor sich ging und dass es etwas Großes war, das er jetzt leisten sollte. Ein Gemurmel der Bewunderung ging durch die Menge, als er daherkam. Er war vorzüglich in Form. Sein Fell glänzte wie Seide und er hatte nicht ein Gramm Fleisch zu viel oder zu wenig. Die Haare auf dem Rücken und am Halse sträubten sich ein wenig von der Aufregung und alle seine Muskeln schienen zu beben. »Donnerwetter«, schrie einer der reichsten Ansiedler, den sie König von Skorkum nannten, begeistert. »Donnerwetter, Sormton, ich gebe 800 Dollar für den Hund hier auf der Stelle, 800 Dollar, wie er da steht.« Sormton schüttelte den Kopf und trat an Bugs Seite. »Weg da«, rief Matthiessen, »ganz weit weg, alle zusammen.« Die Menge wich zurück. Es wurde ganz still, nur ab und zu hörte man die ganz vom Spielteufel besessenen noch Wetten anbieten, die keiner halten wollte. Jeder gab es ja zu, dass Buck ein wundervolles Tier war, aber zehn Zentner Säcke Mehl konnte er doch nicht vom Fleck bringen.« Thornton kniete noch einmal neben Buck nieder. Er nahm seinen Kopf in die Hand und legte sein Gesicht darauf. Er wollte ihm wie sonst das lange Feld sausen, aber war nicht dazu imstande. Auch die gewohnten Schimpfworte wollten nicht über seine Lippen. Er legte nun seinen Mund an des Hundes Ohr und flüsterte heiser, »Wenn du mich lieb hast, Buck, wenn du mich lieb hast.« Buck winselte vor Erregung. Die Leute sahen dem sonderbaren Schauspiel neugierig zu. Es war so geheimnisvoll, wie Zauberformeln hörte er sich an. Da stand Thornton auf, und Buck nahm seine Hand zwischen die Zähne und bis darauf. Das war seine Antwort. Sondon trat zurück. »Nun zu, Buck«, sagte er ruhig. Da zog der Hund die Strenge straff, ging dann ein paar Schritte zurück, wie er es gelernt hatte, und mit kurzem Anlauf scharf nach rechts, bis ein plötzlicher Ruck ihn zum Stehen brachte. Die Ladung zitterte ein wenig, und ein Krachen wurde hörbar. Und wieder folgte dasselbe Anziehen scharf nach links. Wieder kam das Krachen. Die Kufen bewegten sich, der Schlitten war losgebrochen. Die Leute hielten unwillkürlich den Atem an. Hü! Wie ein Pistolenschuss klang der Ruf durch die Stille. Buck warf sich mit aller Macht in die Riemen. Sein ganzer Körper zitterte, jede Muskel schwoll unter dem seidigen Fell. Seine Brust berührte fast den Schnee, und sein Kopf lag auf den Vorderpfoten, die wie rasend auf der harten Schneedecke kratzten, um Halt zu gewinnen. Der Schlitten zitterte und bebte und rührte sich ein wenig von der Stelle, glitt vorwärts, langsam, langsam, ganz langsam, aber immer stetig. Ein Zentimeter, zehn, zwanzig, dreißig. Zum Stillstehen kam er nicht wieder. Ein tiefes Aufatmen ging durch die Reihen der eng gedrängt stehenden Menschen. Sonden lief nun hinter dem Schlitten her und rief Back ermunterte Worte zu. Die Entfernung war vorher abgemessen und als der Schlitten in die Nähe des Holzstoßes kam, der als Ziel ersehen war, begann ein Schreien und Heulen, das geradezu betäubend wurde, als es erreicht war und der Befehl zum Halten erklang. Jeder lief hinzu, sogar Matthiessen, Hüte und Handschuhe flogen in die Luft. Ganz unbeteiligte Leute schüttelten einander die Hände, als ob ihnen wer weiß was für ein Glück widerfahren wäre. John Thornton war neben Buck in die Knie gestürzt und zauste ihn und schüttelte ihn hin und her. Du Schafskopf, du Dummkopf, du verfluchter Kerl! Und ähnliche Worte rief er mit so liebevoller Stimme, dass sich alle verwundert ansahen. Donnerwetter, Donnerwetter, fluchte der Skork im König. Tausend Dollar für den Hund, zwölf Hundert Dollar, Herr, den Hund muss ich haben. Thornton sprang auf die Füße. Seine Augen waren feucht und die Tränen liefen ihm über die Backen. Der Teufel soll sie holen, mitsamt ihrem dreckigen Gelde, rief er wütend. Buck nahm Thorntons Hand zwischen die Zähne und bis darauf und sein Herz hauste ihn wieder und schüttelte ihn hin und her. Da fühlten die Leute, dass sie hier nichts zu suchen hatten und gingen schweigend davon. Der Ruf Als Buck damals seinem Herrn in wenigen Minuten sechzehnhundert Dollar verdient hatte, stand der lange ersehnten Reise nach dem Osten nichts mehr entgegen. Es gingen über eine gewisse Gegend allerhand Gerüchte von einer fabelhaft wertvollen Miene. Viele waren schon ausgezogen, sie zu suchen, aber nur wenige hatten sie gefunden. Die meisten waren überhaupt nicht mehr zurückgekommen. Die geheimnisvolle Miene hatte manchen Mannes Leben gekostet. Keiner wußte, wer sie entdeckt hatte. Die ältesten Überlieferungen reichten so weit nicht zurück. Aber ihr Dasein hatten noch manche im Sterben beschworen und ihre Worte mit Goldklümpchen bewiesen, wie sie sonst nie und nirgends gefunden wurden. Es sollte auch eine Hütte in der Gegend liegen, aber keines lebenden Auge hatte sie gesehen, und die Toten waren tot, von ihnen war keine Auskunft zu holen. Da galt es also nun auf gut Glück auf die Sure zu gehen, und das taten John Thornton, Hans, Peter, Buck und noch ein halbes Dutzend andere Hunde. Erst fuhren sie mit ihrem Schlitten siebzig Meilen den Yukon hinauf, wandten sich dann rechts auf den Stuart Fluß und verfolgten ihn bis hinauf zu seiner Quelle. John Thornton lag wenig an anderen Menschen und er fürchtete die Wildnis nicht. Mit einer Handvoll Salz und einem Gewehr hätte er sich überall hingewagt. Eile hatte er nicht. Und wie es die Gelegenheit so mit sich brachte, reißten oder rasteten sie und jagten ihr Wild je nach Bedarf. Neben Waffen, Schießbedarf und Handwerkszeug hatten sie nicht allzu viel Gepäck bei sich. Das war ein Leben, so Recht nach Bucks Herzen. Jagen, Fischen und Umherrennen, das war seine Lust. Wochenlang ging er manchmal Tag für Tag vor dem Schlitten, um dafür auch wochenlang im Lager auszuruhen. Die Hunde liefen dann umher, während die drei Männer Feuer machten und das hart gefrorene Erdreich auftauten, es in ihre Pfannen brachten und ausmuschen. Die Mühe war aber stets vergeblich, es fand sich kein Gold. Manchmal mußten sie alle hungrig zur Ruhe gehen, ein anderes Mal wieder gab es Wild und Fische im Überfluss. Als der Sommer in das Land kam, war es mit dem Schlittenfahren zu Ende, und jeder hatte sein Päckchen auf dem Rücken zu tragen, über blaue Berge, in sonnige Täler und durch finstere Wälder, über blinkende Seen, in Gegenden, die keines Menschen Fußspur trugen und wo doch Menschen gewesen sein mußten, wenn die Geschichte wahr war von der verlassenen Hütte bei der fabelhaften Goldmine. So hatten sie die Gewitter des Hochsemmers erlebt, um beim Mattenschein der Mitternachtssonne gefroren. Sie hatten Landstriche getroffen, wo sie kaum vor Fliegen und Mücken leben konnten, hatten im Schatten vom ewigen Eise Erdbeeren gepflückt, so süß und reif, wie der Süden sie kaum hervorbrachte, und hatten Blumen gebrochen, wie sie nicht schöner dort zu finden waren. Die Monate kamen und gingen. Einmal stießen sie auch auf menschliche Spuren. Es war auf einem Weg mitten im Urwald, und sie dachten, dass die Hütte nun wohl nicht weit sei. Aber der Weg fing nirgendwo an und hörte nirgendwo auf und blieb geheimnisvoll wie der Mann, der ihn angelegt hatte und der Grund, warum es geschehen war. Dann trafen sie eine verlassene Jagdhütte und zwischen den verfaulten Decken eines Lagers lag eine langschäftige Flinte. John Thornton kannte das Fabrikat aus seiner Jugend, als diese Waffen noch mit Gold aufgewogen wurden. Das war alles, sonst war nirgends eine Spur von dem ehemaligen Bewohner zu finden. Als der Frühling wieder in das Land zog, fanden sie zwar nicht die gesuchte Hütte, aber in einem weiten Tale ein flaches Becken, auf dessen Grunde das reine Gold zwischen dem Sande glänzte. Nun hatte die Reise ein Ende. Jeden Tag arbeiteten die drei und jeden Tag fanden sie wohl tausend Dollar wert in kleinen Goldkörnchen. Sie wurden in Säcke von Elchfällen gefüllt, fünfzig Pfund in jeden. Diese stapelten sie neben dem Zelte auf, wie zu Hause das Feuerholz. Tag für Tag arbeiteten sie und die Tage flogen dahin so schnell wie die Träume einer Nacht. Für die Hunde war nichts zu tun. Höchstens halfen sie Sonden bei der Beschaffung des Fleisches. Back hatte nun wieder Zeit zum Träumen und stundenlang konnte er am Feuer liegen. Dann erschien ihm auch wieder der kleine kurzbeinige behaarte Mann und erfolgte ihm in eine andere Welt. Wenn er ihn beobachtete, wie er am Feuer saß, den Kopf zwischen die Knie gedrückt, die er mit den Armen umschloß, dann sah er ihn schien in beständiger Angst zu leben, starrte spähend in das Dunkel des Waldes und warf dann frisches Holz auf das glimmende Feuer. Wenn er am Ufer des Sees entlang ging, wo er fischte und die Beute gleich verzehrte, so blickten seine Augen angsterfüllt nach nach allen Seiten, als ob er stets bereit sei zu flüchten. Geräuschlos kroch er durch den Wald dahin und back immer dicht hinter ihm. Stets waren sie auf der Hut, stets wachsam auf jedes Geräusch und aufmerksam auf jeden Geruch. Der haarige Mensch konnte so scharf hören und riechen wie der Hund. Er konnte auch auf die Bäume springen und sich von Zweig zu Zweig von Baum zu Baum schwingen. Niemals fiel er, niemals tat er einen falschen Griff. Er war sogar geschickter in den Bäumen als auf dem Boden und Buck erinnerte sich an Nächte, wo er am Stamme eines mächtigen Baumes lag und wachte, während der haarige Mann oben im Baume hing und schlief. Ganz frei hing er da und auch im Schlaf fiel er nicht herunter. Und ebenso deutlich wie an diese merkwürdige Menschenerscheinung erinnerte er sich an einen Ton, einen Ruf. Er hörte ihn, deutlich klang er noch in seinen Ohren. Ein eigenartiges Glücksgefühl überkam ihn dann und eine Sehnsucht nach irgendetwas, worüber er sich selbst keine Rechenschaft geben konnte. Manchmal sprang er dann auf und lief dem Rufe nach, als ob er nicht im Traum in seiner Erinnerung, sondern in Wirklichkeit erklungen wäre. Wenn er dann so durch den Wald strich, dann bellte er laut oder winzelte leise vor sich hin, je nachdem ihm zumute war. Er steckte die Nase in das kühle Moos und so glückselig den Geruch der frischen Erde ein. Halbe Tage lang lag er oft im Walde hinter dicken Stämmen oder im hohen Grase versteckt, ganz Auge und ganz Ohr, damit ihm nichts entgehen konnte. Er wollte den Ruf belauschen, der immer erscholl und von dem er nicht wußte, woher er kam. Manchmal, wenn er in der Mittagsglut schlummernd vor dem Zelte lag, warf er plötzlich den Kopf hoch, seine Ohren spitzten sich, und er horchte in die Ferne. Dann raste er davon, weiter und weiter, stundenlang, tagelang. In trockenen Bachbetten lief er entlang, kroch vorsichtig und lautlos über das weiche Moos und belauschte die Vögel. Ganz regungslos konnte er da liegen, um ein Volk Waldhühner zu beobachten, das in dem hohen Grase hin und her lief. Am liebsten aber wanderte er leise in der Dämmerung der Hochsommernächte und horchte auf die tausendfachen Stimmen der Wildnis und suchte dort nur die eine Stimme, die Stimme, die ihn gerufen hatte. Eines Nachts sprang er mitten aus dem Schlafe auf. Er zitterte am ganzen Körper, jedes Haar seines Felles sträubte sich. Er hatte ihn wieder gehört, den Ruf, und dieses Mal so deutlich wie nie zuvor. Ein langanhaltendes Heulen war es gewesen, ähnlich dem eines Hundes, aber doch anders. Und er kannte die Stimme, er hatte sie schon früher gehört. Wie gehetzt rannte er dahin, und erst, als er ganz nahe gekommen war, schlich er langsam und vorsichtig vorwärts, bis zu einem offenen Platze unter hohen Bäumen. Da sah er aufrecht sitzend die lange spitze Schnauze dem Nachthimmel zugewendet einen großen, mageren Wolf. Back war ganz geräuschlos gekommen, aber der Wolf hatte ihn doch bemerkt und hörte auf zu heulen. Back schlich näher, den Körper eng an die Erde gedrückt, mit weit ausgestreckter Rute, einen Fuß vorsichtig vor den schlaßend. Jede Bewegung sprach eine Drohung aus, untermischt mit Freundlichkeit. Es war die Versicherung des Waffenstillstandes, wie Raubtiere ihn gegenseitig auszudrücken pflegen, aber der Wolf sprang auf und suchte das Weite. Back folgte ihm in großen Sätzen. Er hetzte ihn in einen Hohlweg und versperrte ihm den Rückzug. Da wandte der Wolf sich um, er hob sich auf die Hinterbeine wie Joss und alle die anderen halbwilden Eskimo-Hunde, knurrte, fletschte die Zähne und biss um sich genau wie diese. Back aber nahm den Kampf nicht auf. Er ging mit freundlichem langes langes und die Jagd begann wieder, bis er von neuem gestellt wurde. Endlich merkte er aber doch, dass Back ihm freundlich gesinnt war, beschnüffelte ihn und beigte sich spielend mit ihm herum. Nach einer Weile setzte sich der Wolf in Trab, zeigte deutlich, dass er irgendeinem Ziele zustrebe und forderte Back auf, mitzukommen. So liefen sie Seite an Seite im dämmerigen Lichte der Nacht weit hinaus bis an die Quelle des Flusses und weiter nach. Die Sonne stieg hoch und höher und der Tag wurde warm. Sie kamen in flaches Land mit tiefen Wäldern und glitzernden Strömen. Back war glückselig, denn jetzt wußte er, dass er dem Rufe folgte, den er so oft gehört hatte. Sein wilder Bruder führte ihn dahin, woher er erklang. Alte Erinnerungen drangen auf ihn ein, es war ihm, als habe er alles schon einmal erlebt, vor ewigen Zeiten in einer anderen Welt. Als sie an einem der Flüsse stillstanden, um sich zu erfrischen, da erst fand Back Zeit, an John Thornton zu denken. Er setzte sich und stierte vor sich hin. Der Wolf aber lief weiter. An den Ruf, dem er folgen wollte, dachte er jetzt nicht mehr. Da kam der Wolf zurück, beschnüffelte ihn und forderte ihn auf, mitzukommen. Doch Back drehte um und trabte langsam zurück. Wohl eine Stunde lang lief sein wilder Bruder winselnd neben ihm her. Dann setzte er sich hin, streckte seine Nase gegen den Abendhimmel aus und heulte. Es war ein klägliches Geheul, und Buck hörte es noch lange, bis es sich endlich in der Ferne verlor. John Thornton war gerade beim Mittagessen im Zelt, als Back heranstürmte und mit solcher Wucht gegen ihn sprang, ihn so ungestüm liebkoste, daß er hinten überfiel. Er leckte ihm quer über das Gesicht, stieß kurze schrille Freudenschreie aus und spielte, wie Hans und Peter sich ausdrückten, den richtigen Hans-Narren. Zwei Tage und zwei Nächte ließ Back seinen Herrn nicht aus den Augen, folgte ihm auf Schritt und Tritt bei der Arbeit, sah ihm zu, wenn er aß, setzte sich vor sein Nachtlager und schaute ihn an bis zum anderen Morgen. Am dritten Tage aber erklang wieder der Ruf aus dem Walde. Eine Unruhe kam über ihn, deren er nicht Herr werden konnte. Er dachte an den wilden Bruder und das sonnige Land hinter den dunklen Bäumen. Und wieder rannte er fort, aber dieses Mal fand er den Wolf nicht und hörte auch seine Stimme nicht, so sehr er auch lauschte. Nun blieb er oft tagelang fort und kam auch einmal wieder in das Land, in dem der glitzernde Strom floss. Dort suchte er wohl eine Woche lang herum, fischte nach Lachsen und jagte das Wild. Einmal tötete er einen Bären, den den Moskitos geblendet hatten, als er fischte und der nun hilflos durch die Wälder lief. Es war ein füllte Buck mit Genugtuung. Zwei Tage, nachdem er ihn erlegt hatte, fand er wohl ein Dutzend Wölfinnen, die sich um den Rest seiner Beute zankten. Er blies das Rodel auseinander wie Kaff und die beiden, die auf dem Kampfplatz blieben, mussten wohl Frieden halten. Nun wurde er blutdurstiger als je zuvor. Er war ein Raubtier und ihm gehörte alles, was lebte. Das Gesetz des Stärkeren schrieb es ihm zu. Es lebte ein Stolz, ein Hochmut in ihm auf, der sich in jeder seiner Minen, in jeder seiner Bewegungen ausdrückte und seinem prachtvollen, glänzenden Fell womöglich noch einen glänzenderen Schimmer verlieh. Hätte er nicht die weiße Schnauze gehabt und die schneeweißen Locken auf der Brust, man hätte ihn für einen riesigen Wolf halten können. Von seinem Bernardiner Vater hatte er die Größe und das Gewicht geerbt und seine Schäferhund Mutter hatte ihm die Leichtigkeit und die Schönheit vermacht. Seine Schnauze war lang wie die eines Wolfes und sein Kopf wenn auch breiter hatte viel Ähnlichkeit mit dem eines Wolfes. Auch Wolfs Schlauheit hatte er, dazu die Klugheit von Vater und Mutter und außerdem alle die Erfahrungen seiner harten Lebensschule. Das alles machte ihn zu einem furchtbaren Gegner. Er hatte Wildbrett im Überfluss und war daher so vorzüglich bei Kräften wie nur irgend möglich. Wenn Sondens Hand ihm liebevoll über das Fell strich, dann knirschte und knackte es. Jedes Haar entlud seine Elektrizität. Seine Gedanken gingen blitzschnell bei allem was Überlegung verlangte. Er war doppelt so schnell in jeder Bewegung als die Polarhunde. Er sah eine Bewegung, hörte ein Geräusch und richtete sich danach, ehe ein anderer Hund nur deren Bedeutung begriffen hätte. Seine Muskeln waren fest und sogleich leicht und beweglich wie die besten Federn. Das volle Leben durchströmte ihn. Solch einen Hund gibt es nicht zum zweiten Male, sagte als er Back nachsah, der auf den Wald zuging. Nein, meinte Peter, als der gegossen wurde, ging die Form in zwei. Ja, wahrhaftig, das ist so, bestätigte Hans. Sie sahen ihn auf den Wald zuschreiten, sahen aber nicht die furchtbare Veränderung in ihm, als des Waldes dunkel ihn umfing. Jetzt schritt er nicht mehr. Jetzt war er ganz Raubtier, das auf leisen Sohlen wie ein Schatten dahinglitt. Er verstand in Deckung zu bleiben, wo er nur konnte. Er kroch wie eine Schlange und starrte wie diese auf sein Opfer. Er konnte ein Kaninchen töten, wenn es noch schlief, und einen Truthahn im Flur gefangen, wenn er auch nur eine Sekunde zu spät an Rettung dachte. Er fing die Fische im fließenden Wasser und wußte den Biber auf seinem Damm zu belauern. Er tötete aber nur, um Nahrung zu haben, nicht aus Lust am Morden. Einvergnügen aber hatte er daran, sich an Eichhörnchen heranzupirschen. Wenn er sie gefangen hatte, dann ließ er sie wieder laufen und freute sich, wenn sie dann laut schimpfend in die höchsten Spitzen der Bäume flüchteten. Im Laufe des Jahres mit dem kälteren Wetter zogen sich auch die Elche tiefer in das Land. Schon einmal hatte Buck ein Schmaltier gerissen, aber er wünschte sich würdigere Gegner. Am liebsten hätte er ein starkes Stück gehabt, und das trat ihm in der Morgendämmerung einst in den Weg. Ein Sprung von zwanzig Elchen kam aus der Flussgegend herauf, und unter ihnen ein starker Schaufle. Er war entsetzlich aufgeregt, und als das wohl sechs Fuß hohe Tier dem Hunde gegenüber stand, war das wohl ein so würdiger Gegner, wie er ihn sich nur wünschen konnte. Nach allen Seiten stieß das mächtige Tier seine Schaufeln, die wohl sieben Fuß Durchmesser hatten, die kleinen Augen blickten scharf und drohend, und es schnaubte vor Wut beim Anblick des Hundes. Aus einer Flanke stand der Schaft eines Pfeiles hervor, der bunte Federn trug, wie die Indianer sie zu gebrauchen pflegen. Von dem Instinkt aus uralten Jagdtagen geleitet, versuchte Buck nun zunächst den Elch von den übrigen abzuschneiden. Das war kein leichtes Werk. Er bellte und sprang vor ihm her, stets dicht davor, doch immer gerade noch aus dem Bereich der schweren Schaufeln und der mächtigen Hufe, von denen ein Tritt genügt hätte, ihn zu zermalmen. Es war dem Elch nicht möglich voranzukommen und seine Wut steigerte sich immer mehr. In solchen Augenblicken ging er zum Angriff über, doch Buck wich aus und griff nun von der Seite an. Oftmals, wenn er den Elch von den übrigen getrennt zu haben glaubte, kamen drei oder vier der jüngeren Stücke zurück und machten sich mit Buck zu schaffen, bis der alte Schaufler wieder bei dem Sprung angelangt war. Aber die Geduld, mit der die Spinne endlose Stundenlang regungslos im Netz sitzt und der Panther im Hinterhalt lauert, die Geduld, die alle den Tieren eigen ist, die ihre Nahrung lebend jagen, die bewies auch Buck in der Verfolgung des Elches. Er reizte die jungen Tiere, plagte die älteren mit Kälber in Angst und Schrecken. Einen halben Tag lang ging das so. Von allen Seiten griff Buck an, sodass die Elche überhaupt nicht zur Ruhe kam, und immer wieder schnitt er dem alten Elch den Weg ab, bis er schließlich vor Wut schnaubte. Der Tag ging bald zu Ende, und die Sonne sank im Nordwesten. Die Dunkelheit kam schon früh, und die jungen Elche mussten dem Alten immer häufiger zur Hilfe kommen, und der Weg, den sie an diesem Tage zurückgelegt hatten, war kurz. Und doch mussten sie, ehe der Winter hereinbrach, noch weit wandern, aber es schien ihnen, als ob sie der lästige Quälgeist sobald nicht freigeben würde. Und all sein Tun galt immer nur dem einen von ihnen. Nur er, nicht der ganze Sprung war in und es galt doch nicht so viel als das von allen anderen. Als die Schatten der Bäume lang und schräg fielen, stand der alte Elch allein und sah dem abziehenden Sprunge nach. Da gingen sie hin, die Tiere, die er so lange geführt hatte, die er beschützt und erherrscht hatte. Er sah ihnen nach, bis dass sie im dämmerigen Licht verschwanden. Er konnte ihnen nicht folgen, denn vor ihm her hüpfte und bellte ein erbarmungsloser Feind, der es ihm verbot und der doch so klein war, dass einer seiner Hufe ihn hätte zertreten können. Er hatte ein langes Leben hinter sich, ein Leben voll mutiger Kämpfe. Dieses war nun sein Ende, der Tod von den Zähnen eines Geschöpfes, das ihm kaum bis an die Knie reichte. Nun hatte er Tag und Nacht keine Ruhe. Buck ließ ihn nie zufrieden, ließ ihn kein Blättchen vom Strauch pflücken, keinen Tropfen Wasser aus dem Bach schöpfen. Er durfte seinen brennenden Durst nicht stillen und hörte doch das Wasser oft unter seinen Füßen rauschen. In heller Verzweiflung flog er oft in langen Fluchten davon. Dann war es Bucks Ehrgeiz durchaus nicht, ihm hart wenn es sein mußte in wenigen leichten Sprüngen ein. Er ließ den Elch auch ruhig lange Zeit stehen und legte sich still daneben und griff erst an, wenn er sich äsen oder tränken wollte. Der schwere Kopf unter den großen Schaufeln sank immer tiefer zur Erde. Der Gang wurde unsicherer von Stunde zu Stunde. Der Elch verhoffte jetzt oft und lange, die Muffel berührte fast das weiche Moos, die Lauscher hingen schlaff nach vorn und Buck fand Zeit genug, für sich selbst Nahrung zu suchen. Wenn er so still da lag und den Elch im Auge hatte, dann war es Buck manchmal, als ob etwas vorging im Lande. Als die Elche einzogen, schien auch etwas anderes gekommen zu sein, aber er wußte nicht, was es war. Er konnte es nicht sehen, riechen, aber mit einem anderen namenlosen Sinn vernahm er es doch. Es gingen seltsame Dinge vor, und wenn er die Sache mit dem Elch erledigt hatte, wurde es Zeit, danach zu sehen. Endlich, am Abend des vierten Tages, zog er den alten Schaufler nieder. Einen Tag und eine Nacht schenkte er sich Ruhe und war sich satt. Dann trat er erfrischt den Rückweg an. Im kurzen gleichmäßigen Trab ging es voran, immer gerade aus, ohne Zeitverlust, ohne auch nur eine unnötige Schleife zu machen, gerade zu auf das Lager. Keine Magnetnadel hätte genauer die Richtung zeigen können. Und immer sicherer wurde er, daß etwas im Lande geschehen sei, von dem er nichts wußte. Er hörte die Vögel davon reden, die Eichhörnchen darüber schelten und der Wind flüsterte geheimnisvoll davon. Dann und wann blieb er stehen, sog die frische Morgenluft in langen Zügen ein, aber mit ihr auch etwas, das ihn zu einem eiligeren Lauf antrieb. Erst 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 als er in das Tal einbog, wo das Zelt stand, gebrauchte er Vorsicht. Er kam auf eine Fährte, und diese Fährte führte geradeaus in das Lager, wo John Thornton war. Die Rückenhaare sträubten sich, seine Augen glühten, jeder Nerv an ihm bebte. Er wußte jetzt alles, nur das Ende noch nicht. Seine Nase hatte es ihm gesagt, in wessen Fußspuren er trat. Er empfand eine Stille des Waldes, die er nie empfunden, alles Vogelleben war tot, kein Eichhörnchen rührte sich. Nur eines sah er, ein kleines graues Kerlchen, das sich dicht an einen rauen grauen Stamm drückte. Wie ein Schattenglitt back dahin, aber plötzlich war es ihm, als würde er mit eisernem Griff zur Seite gezogen. Er folgte der Weisung seiner Nase und fand im Dickicht Mur. Da lag er lang ausgestreckt, tot, von Pfeilen durchbohrt, deren befiederte Enten aus seinem Körper heraussahen. Hundert Schritte weiter stieß Buck auf einen der neuen Schlittenhunde, die Sornten in Dorsen gekauft hatte. Er lag im letzten Todeskampf. Vom Lagerplatz kam das Geräusch vieler Stimmen und ein eintöniger Sing-Sang. Auf dem Gesicht liegend fand er Hans mit Pfeilen bedeckt wie ein Stachelschwein mit Stacheln. In demselben Augenblicke konnte er den Platz vor dem Zelt übersehen und vor seinen Augen glänzte es blutig rot. Es war die Welle der Wut, die ihn überlief. Er wußte es selbst nicht, daß er es war, der das Geheul ausstieß, das jetzt die Luft erschütterte. Es war das letzte Mal in seinem Leben, daß die Leidenschaft bei ihm Herr wurde über den Verstand. Es war die Liebe zu John Thornton, die ihn den Kopf verlieren ließ. Es waren Yeeheds, Indianer, die dort auf dem freien Platze vor dem Zelt ihre Tänze aufführten und dazu sangen. Plötzlich hörten sie ein furchtbares Geheul und sahen ein Tier, wie sie noch keins gesehen hatten. Es war Buck, der sich zwischen sie stürzte. Er sprang auf dem ersten zu, es war gerade der Häuptling, warf ihn zu Boden und riß ihm die Gurgel auf, dass das Blut weit umher spritzte. In der nächsten Minute hatte er es mit dem zweiten gerade so gemacht und auch über den dritten fiel er schon her. Er quälte seine Opfer nicht, dazu ließ er sich nicht Zeit. Von rechts nach links, nach hinten, nach vorn sprang er, zerriß, zerbiss und so eng hatten die Indianer zusammengesessen, dass sie nicht einmal ihre Pfeile gebrauchen konnten. Ein junger Krieger, der mit dem Speer nach Buck warf, traf einen anderen Indianer mit solcher Macht durch die Brust, dass das Speerende zum Rücken wieder herauskam. Eine Panik entstand und Todesgeschrei durchgelte die Luft. Alle flohen in den Wald, als ob der böse Geist hinter ihnen wäre. Und wie der leibhaftige Satan gebärdete sich Buck in seiner Wut. Es war ein Schicksalstag für die Jeheds. Weit über das Land wurden sie zerstreut. Und erst eine Woche später sammelten sie sich in einem entlegenen Tale. Es waren ihrer aber nicht mehr viele. Als Buck von seiner Verfolgung zurückkam, fand er zunächst Peter, der schon auf seinem Lager im Schlafe erschlagen war. Thorntons verzweifelten Kampf las er aus den Fußspuren im Sande und verfolgte sie bis hinunter an den tiefen dunklen See. Am Ufer, die Vorderfüße im Wasser, lag Skeet, treu bis in den Tod. Der See aber war trübe und schlammig, und was er enthielt, war nicht zu sehen. Buck aber wußte es. John Thorntons Fußspuren führten hinein. Aber nicht wieder heraus. Den ganzen Tag lag der Hund dort oder wanderte ruhelos um das Zelt. Der Tod war ein Aufhören jeder Bewegung, jedes Lebens. Das hatte er oft beobachtet, und er wußte, dass John Thornton tot war. Er fühlte eine große Leere in sich und ein Gefühl des Schmerzes wie Hunger. Aber es war ein Hunger, der nie gestillt werden konnte. Zu Zeiten, wenn er den Spuren der Je-Hetz nachjagte und wieder ein Paar zu Tode brachte, dann vergaß er den Schmerz wohl auf Augenblicke und stolz erfüllte sein Herz. Er hatte das edelste Wild gehetzt, Menschen gejagt, Menschen getötet, und zwar nach dem Gesetz des Reißzahnes, mit dem Recht des Stärkeren war es geschehen. Er beschnüffelte die Toten neugierig. Sie waren so leicht zu töten. Mit einem Polarhund gab es einen viel härteren Kampf. Menschen waren keine würdigen Gegner, wenn sie nicht Knüppel oder Speere hatten. Er würde sie nie mehr fürchten, höchstens die Waffen in ihrer Hand. Die Nacht kam, und der Vollmond stand still am Himmel über den dunklen Bäumen. Buck lag traurig am Ufer des Sees. Da tönte ein Laut zu ihm herüber, den er kannte. Er klang so nah und klang doch fern. Es war der Ton, den er schon oft gehört hatte in einer anderen Welt, der Ton, den seine Erinnerung ihm bewahrt hatte. John Thornton war tot. Jetzt wollte er dem Rufe folgen, denn das letzte Band war zerrissen, das ihn an die Menschheit band. Auf ihren Jagdzügen waren die Wölfe durch das Land der Ströme und Seen gezogen, bis hier in das Tal. Im Mondschein kamen sie daher wie Silberstreifen und Back stand hoch aufgerichtet, sie zu erwarten. Sie standen starr vor Schrecken, als sie ihn plötzlich sahen. Und es dauerte lange, bis der kühnste unter ihnen zum Angriff vorsprang. Back faßte ihn gut und brach ihm das Genick. Dann stand er wieder da, regungslos und still. Drei andere versuchten ihr Heil und zogen sich blutüberströmt zurück. Plötzlich fielen alle zusammen über ihn her und nur seine fabelhafte Gewandtheit konnte ihn retten. Er schnappte nach rechts und nach links, war hier und dort zu gleicher Zeit, allerwärts und nirgends. Er mußte sich nur vorsehen, daß er sich den Rücken frei hielt. Langsam ging er rückwärts bis an die Bucht am See. Dort hatten sie beim Gold waschen einen Haufen Sand und Steinchen aufgeworfen. Sich rückwärts schiebend drängte er sich hinein, so daß er von drei Seiten geschützt war und sich nur nach vorne zu verteidigen brauchte. Und so gut verstand er es, daß die Wölfe sich nach einer halben Stunde missmutig zurückzogen. Sie schnaubten vor Wut und ihre weißen Zähne leuchteten unheimlich vor Mordlust. Sie wußten aber nicht, was sie zunächst tun sollten. Einige legten sich mit gespitzten Ohren nicht weit von Back hin, andere standen und beobachteten ihn scharf, während einige zum Wasser hinunter gingen und tranken. Endlich kam ein Wolf näher. Es war ein alter, magerer, halb lahmer Geselle. Er hob die Nase schnupprend in die und kam dann freundlich knurrend näher. Da erkannte Back in ihm seinen wilden Bruder, mit dem er eine ganze Nacht und einen Tag durch die Wildnis gezogen war. Dann trat ein alter, mit Narben bedeckter Wolf herzu, der anscheinend auch freundlich gesinnt war. Back aber fletschte die Zähne und knurrte grimmig. Da setzte sich der Wolf, richtete die Nase empor zum Mond und stieß ein jämmerliches Geheul aus. Back horchte auf. Das war der Ruf. Jetzt erkannte er ihn genau und eine unbestimmte Macht zwang ihn hervorzukommen, sich neben den Alpen zu setzen und einzustimmen. Dann kam einer nach dem anderen heran, beschnupperte ihn und schloss sich dem Geheul an. Plötzlich sprang der Wolf auf und lief dem Walde zu. Die anderen Wölfe folgten. An der Seite des wilden Bruders stürmte Buck lautbellend davon. Es dauerte nicht lange, bis die Yeeheads bemerkten, dass die Wölfe ihr Aussehen änderten. Einige hatten tiefbraune Flecken am Kopf und ein weißes Mal vor der Brust. Und immer, wenn sie die Wölfe sahen, bemerkten sie an der Spitze des Rudels einen ungeheuer großen Wolf. Sie nannten ihn den Geisterwolf und fürchteten ihn mehr als alle anderen. Sie wußten wohl, dass er es war, der ihr Lager bestahl und ihre Fallen beraubte. Aber er tat es mit solcher Schlauheit, dass sie ihm nichts anhaben konnten. Sie gaben es auch auf, sich gegen ihn zu wehren, denn er zerriß alle ihre Hunde und fürchtete selbst ihre tapfersten Krieger nicht. Es waren viele, die sie schon mit aufgerissenem Halse gefunden hatten, und stets waren Spuren in der Nähe, die größer waren als die eines gewöhnlichen Wolfes. Jedes Jahr bei Beginn des Winters, wenn die Elche in die wärmeren Gegenden ziehen und die Jihets ihnen folgen, dann vermeiden sie wie ein gewisses Tal. Viele Frauen verhüllen ihr Gesicht, wenn am Lagerfeuer davon gesprochen wurde, was einstmals geschehen ist, als der böse Geist dort zum ersten Mal gesehen wurde. Dieses stille Tal hat aber einen Bewohner, und das ist ein großer Wolf mit seiden glänzendem prächtigen Fell. Da, wo aus verrotteten Säcken von Elchhaut ein glänzender gelber Strom zwischen die langen Grashalme fließt, liegt er oft stundenlang und starrt still vor sich hin. Manchmal geht er auch hinunter und sieht in das dunkle Wasser des stillen Sees und ein Geheul, schrill und jämmerlich, erfüllt die Luft. Er ist nicht immer hier. Wenn die Wölfe vor den langen Winternächten des Nordens fliehen und ihren Beutetieren zum Süden folgen, dann läuft Back in langen Sätzen an der Spitze des Rudels und stimmt beim Bleichenscheine der Mitternachts Sonne mit ein in den uralten Sang der Wölfe. Vorleser Nett Vorlesen Lassen 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 Lassen